Einfach klimafreundlich mit MyClimate. Alle Aldi-Swiss-Standorte sind CO2-neutral. CO2 ist ein Treibhausgas, das zur globalen Erwärmung und zu negativen Folgen für die Umwelt führen kann. Treibhausgas entsteht bei natürlichen Prozessen, bei der Atmung, Verdauung und bei der Verbrennung von verschiedenen Energieträgern, also z.B. bei Kohle, Erdgas und Erdöl. Auch wir als Lebensmittelhändler sind von diesen klimatischen Veränderungen betroffen. Wetterextreme wie Trockenheit oder starke Regenfälle erschweren die Erzeugung von Lebensmitteln. Aus diesem Grund engagieren wir uns aktiv für den Klimaschutz. Wir haben den Ausstoss von Treibhausgas kontinuierlich gesenkt und kompensieren die verbliebenen Emissionen, indem wir die Klimaschutzprojekte von MyClimate unterstützen. Weil wir uns heute für morgen engagieren, sind alle unsere Standorte CO2-neutral. Einfach klimafreundlich. Einfach ALDI.